So, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu InsideMath. Mein Name ist Christian Spannagel. Ich bin hier Professor für Mathematik und Informatikdidaktik an der PH Heidelberg und ich darf dieses Semester mit euch gemeinsam die Veranstaltung InsideMath machen. Wie ihr seht, deswegen zeige ich euch das gerade am Anfang, streamen wir auch immer aus dieser Veranstaltung heraus. Ich werde euch später noch ein bisschen was dazu sagen, aber so in etwas das Setting. Ich zeige es euch auch deswegen, weil vor Beginn der Veranstaltung könnt ihr hier vorne rumlaufen. Alles gut, es wird nicht gestreamt. Sobald aber die Veranstaltung läuft, dürft ihr nicht hier vorne an der Kamera vorbeilaufen oder ihr dürft an der Kamera vorbeilaufen und dann müsst ihr reinwinken, Grimassen schneiden oder sowas. Oder ihr lauft halt dann hinten rum. Und ganz wichtig auch nicht über Kabel stolpern oder so. Immer schön aufpassen, dass ihr nicht hinfallt. Okay, bevor wir loslegen, machen wir mal eine Story, oder? Also ich filme nicht euch, ich filme nur mich. Passt auf, wir machen folgendes, wir machen folgendes. Wenn ihr, wenn ihr das Wort phänomenal hört, rastet ihr aus. Okay, wir testen das mal. Oh, das Wetter ist heute phänomenal. Ja, noch ein bisschen mehr, oder? Ich finde, das war noch nicht phänomenal. Okay, wunderbar. Aufgepasst. Ja, jetzt ist Veranstaltungsbeginn, heute erste Sitzung InsideMath und die Stimmung hier ist phänomenal. Okay, super. Ja, jetzt ist es. Okay, super. Okay, ihr habt schon Namensschilder aufgestellt, sehr schön. Also wer sozusagen die Infos von mir schon vorab bekommen hat, Namensschilder aufstellen, ich würde nämlich gerne euch mit Namen aufrufen. So, weil wir aber streamen und weil die Videos teilweise dann anschließend auch auf YouTube landen, habe ich mir gedacht, möchte ich euch nicht mit euren realen Namen aufrufen. Beziehungsweise vielleicht möchte der eine oder andere dann nicht mit realen Namen im Video sein. Deswegen schreibt gerne Pseudonyme auf die Namensschilder. Also hier schreiben einige sehr interessante Pseudonyme, Prinzessin Lilifee zum Beispiel, Puderbär, Semmel, Brösel, Luz, Luisa Clark und so weiter. Perfekt, genau. Das heißt, ich rufe euch dann mit Biene Maja auf beispielsweise, okay, wenn ihr was sagt, sodass ihr da mehr oder weniger anonym seid. Man wird euch stimmenmäßig auch nicht hören. Das heißt, ich wiederhole immer das, was ihr sagt. Ihr dürft natürlich euren realen Namen draufschreiben, wenn ihr wollt. Ja, ich habe euch gefragt, sollen wir uns duzen oder sollen wir uns siezen? Und ich habe euch erstmal gefragt, die meisten von euch haben es gesehen, ich habe eine Umfrage vorher gemacht, was nicht gesehen hat. Egal, seht ihr jetzt halt die Ergebnisse der anderen. So, ich habe euch gefragt, sollen wir uns duzen oder siezen? Insbesondere zuerst mal, wollt ihr von mir geduzt oder gesiezt werden? Und das kam raus. 87 Prozent von euch wollen von mir geduzt werden und 13 Prozent gesiezt. Früher habe ich mich immer gefragt, was soll ich machen, soll ich euch duzen, soll ich euch siezen? Irgendwann bin ich mal auf den Gedanken gekommen, ich frage euch einfach, wie ihr es gerne hättet. So, so hättet ihr es gerne. Okay, ich werde euch duzen. Also, sorry an die, die von mir gesiezt werden wollen. Ich kann euch ja nur als Gruppe gemeinsam ansprechen. Spannend fand ich aber folgendes Ergebnis. Ich habe euch nämlich gleichzeitig gefragt, also diejenigen, die von mir geduzt werden wollen, ob ihr mich duzen oder siezen wollt. Da kam das hier raus. 62 Prozent von euch wollen mich gerne siezen. Und das ist ja schon relativ asymmetrisch, würde ich sagen. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, warum das so ist. Und ich vermute, ihr wollt diesen Schulmodus weiter behalten, oder? In der Schule duzt der Lehrer die Schüler und die Schüler siezen den Lehrer. Okay. Es ist ja fast 50-50. Insofern würde ich sagen, ihr könnt es so machen, wie ihr wollt. Ja, ich werde euch duzen. Und ihr könnt mich entweder duzen oder siezen, so wie ihr es gerne hättet. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Wir sind hier in der Wissenschaft. Und in der Wissenschaft geht es ums gemeinsame Forschen und Lernen und Lehren und Weiterentwickeln, Austausch von Gedanken und so weiter. Ich finde es immer kontraproduktiv, wenn man in der Wissenschaft so ein hierarchisches Verhältnis hat, in der die Studis das glauben, was der Prof oder die Professorin sagt. Und dieses asymmetrische, ich duze euch und ihr siezen mich, trägt dazu bei, dass wir dieses Hierarchiegefälle haben. Und ihr euch vielleicht weniger getraut, mich zu kritisieren oder mir zu widersprechen. Insofern würde ich all diejenigen einladen, die mich eher siezen möchten, zu überlegen, ob ihr nicht über diese Hürde rüberspringen wollt, sodass wir uns auf Augenhöhe, na wir werden sowieso auf Augenhöhe kommunizieren, aber das würde sozusagen nochmal ein bisschen unterstützen, dass wir uns eigentlich gegenseitig tuzen. Also dürft ihr gerne machen, ich habe da nichts dagegen. Ich würde es eher begrüßen, weil wir dann auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und die Kommunikation hier ein bisschen netter wird, sozusagen. Aber ihr dürft es so machen, wie ihr wollt. Okay, also Inside Math. Das sind die Inhalte, um die es hier geht. Das ist die einzige Mathematikveranstaltung, Fachmathematikveranstaltung in eurem Studium. Ihr seid ja alle Lehramtsstudierende, Grundschullehramt, Sonderpädagogik, die Mathematik nicht als Fach gewählt haben, aber auch ein bisschen Mathematik studieren müssen. Dieses bisschen ist diese Veranstaltung. Und die Didaktikveranstaltung aus Math 12 und Math 13. Aber eben auch insbesondere diese Veranstaltung hier, in der es um fachwissenschaftliche Grundlagen zur Veranstaltung geht. Worum geht es? Seht ihr hier, Inhalt des Moduls habe ich aus dem Modulhandbuch kopiert. Könnt ihr jederzeit nachlesen. Da steht drin, es geht um mathematische Basiskompetenzen. Okay, das beruhigt ja schon mal. Basiskompetenzen, super. Und zwar insbesondere in den Bereichen Arithmetik, Algebra. Also da geht es um Zahlen und Zahlenmuster, Teilbarkeit, Teile, Primfaktorzerlegung und so weiter. Systematisches Zählen, das ist die Kombinatorik und Elementargeometrie, Figuren in der Ebene und so weiter. Also ihr merkt Arithmetik, Algebra, Geometrie. Und wir machen hier Mathematik, die vom Schulstoff ausgeht und in die Tiefe geht. Ihr braucht keine Sorge zu haben, dass wir hier Analysis 3, 4, 5 machen oder so. Oder lineare Algebra. Aber wir setzen nicht dort an, wo ihr beim Abitur aufgehört habt und machen da weiter. Sondern wir setzen komplett neu an. Nämlich am Grundschulstoff. Wir nehmen Grundschulstoff her, gucken uns den genauer an und versuchen den tiefgründig zu verstehen. Und ich verspreche euch, wir machen ja nichts, was ihr nicht auch in der Schule thematisch benötigt. So, welche Kompetenzen sollt ihr erwerben? Das steht ja auch immer drin. Bei Bildungsstandards ist ja immer so, dass man nicht nur Inhalte vermittelt. Und dass da drin steht, welche Inhalte vermittelt werden sollen, sondern welche Kompetenzen ihr erwerben sollt. Und das sind die Folgenden. Ihr könnt inner- und außermathematische Situationen explorieren, Strukturen erkennen und so weiter. Eigene Lösungswege sowie mathematische Läden und Zusammenhänge fach- und adressatengerecht strukturieren, darstellen und präsentieren. Mathematische Modelle entwickeln. Die Strukturen, Eigenschaften von Zahlbereichen im Zusammenhang erklären und so weiter und so weiter. Das könnt ihr euch alle mal in Ruhe durchlesen. Mir kommt es auf eine Sache an dieser Stelle an, nämlich, ihr sollt Kompetenzen erwerben. Und Kompetenzen erwirbt man nicht durchs Zuschauen. Wenn ich jetzt hier vorne stehe und euch zeige, wie irgendwas geht und ihr schaut zu, dann habt ihr mir zwar zugeschaut, wie es geht, aber ihr habt die Kompetenz noch nicht erworben. Ein schönes Beispiel ist das von Matthias Magdowski. Fahrradfahren lernt man nicht durchs Zugriffen. Also die Fahrradfahrkompetenz lernt man nicht dadurch, dass man jemanden beim Fahrradfahren beobachtet. Sondern, dass man sich selbst aufs Fahrrad setzt und losfährt. Das Problem dabei ist natürlich, es wird am Anfang noch nicht gelingen. Man fährt los und man fällt hin und man wackelt und so weiter. Man braucht noch Hilfe. Der hier hinten, der bin ich. Also ich halte euch hier nah und versuche euch in die richtige Bahn zu lenken. Und wenn ihr hingefallen seid, hebe ich euch wieder auf. Und nicht nur ich, sondern auch die Tutorinnen für die Tutorien, die euch alle gemeinsam dabei unterstützen, Fahrradfahren zu lernen. Ihr müsst es aber selbst tun. Und das gesamte Veranstaltungskonzept ist so angelegt, dass ihr lernt, diese Kompetenzen zu entwickeln. Deswegen habe ich mich vom klassischen Vorlesungsformat verabschiedet. Die einzige Veranstaltung, in der ich praktisch 90 Minuten quassle, ist heute. Weil ich euch von dem Veranstaltungskonzept überzeugen will. Und ich mache das auf verschiedene Art und Weise. Ich werde euch jetzt erklären, wie wir zusammen lernen, wie wir zusammen arbeiten und so weiter. Alles im Sinne von, ihr sollt Fahrradfahren lernen. Weil ich am Anfang vergessen habe zu sagen, wenn immer ihr jetzt zwischendrin Fragen habt, meldet euch einfach. Können wir gleich klären. Also wenn ihr euch denkt, das ist komisch, habe ich nicht verstanden oder so. Einfach melden und dann rechnen wir drüber. Okay. Wieso mache ich das so? Früher habe ich meine Veranstaltung folgendermaßen gemacht. Ich habe am Anfang der Woche eine Vorlesung gehalten. Also ich habe hier an der Tafel gestanden und habe an die Tafel geschrieben. Ja, Definition, Satz, Beweis, Definition, Satz, Beweis und so weiter. Und ihr habt alle da gesessen und mitgeschrieben, Definition, Satz, Beweis und das ging dann relativ schnell. Und wenn irgendwann zwischendrin mal jemand eine Frage hatte oder was nicht verstanden hat, mal zehn Minuten Zeit bräuchte, um das nochmal zu durchdenken, was passiert ist, hat er den nicht gekriegt. Das ging einfach gnadenlos weiter vorne. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn man einmal abgehängt ist, dann wird man die restliche Zeit der Stunde gar nicht mehr mit. Man schreibt einfach nur wild mit, in der Hoffnung, dass man das zu Hause nochmal nachvollziehen kann. Anschließend ist man dann nach Hause gegangen und hat ein Übungsblatt gekriegt. Aufgabe 1 bis 6a bis 11. Da sollte man dann das üben, was man hätte verstehen sollen, aber nicht verstanden hat in der Vorlesung. Sitzt dann vor dem Aufgabenblatt 1a und denkt so, hä, habe ich nicht kapiert und so. In der Vorlesung habe ich auch schon nicht kapiert. Und man kommt nicht weiter. Problem, im klassischen Konzept, an der Stelle ist keiner da, den man fragen kann. Man sitzt zu Hause vor dem Übungsblatt 1a, hä, wen soll man fragen, keiner da. Anschließend sind dann die Studis in kleinere Gruppen, 25er Gruppen, 30er Gruppen, ins Tutorium gegangen oder Übungsgruppe, heißt mal so, mal so, ins Tutorium gegangen. Und dort hat der Tutor, die Tutorin, die Lösungen vorgerechnet. Also die Lösungen der Aufgaben, die man hätte selbst lösen sollen, wenn man verstanden gehabt hätte, worum es geht. Ihr könnt euch vorstellen, da hat kein Mensch Fahrrad fahren gelernt. Man hat gesehen, wie man Fahrrad fährt. Man hat es hier probiert, ist gleich hingefallen, hat aufgegeben. Und dann sieht man hier nochmal, wie jemand anderes Fahrrad fährt. Okay, ja, das bringt es nicht. Deswegen habe ich das umgestellt, das Veranstaltungskonzept. Folgendermaßen, ihr beginnt mit dem Selbststudium. Ich gebe euch Aufgaben und Materialien am Anfang eines Kapitels und ihr arbeitet euch selbstständig ein. Ihr guckt euch die Aufgaben an, ihr schaut euch die Materialien an und fangt an, euch erstmal alleine einzudenken. Ihr werdet relativ am Anfang Lerngruppen bilden. Ihr trefft euch früh in eurer Lerngruppe und arbeitet gemeinsam mit den anderen an den Aufgaben. Und insbesondere könnt ihr mit eurer Lerngruppe ins Tutorium gehen. Das Tutorium ist so aufgebaut, da stehen Gruppentische oder ihr stellt Gruppentische zusammen und setzt euch mit eurer Lerngruppe dahin und arbeitet an den Aufgaben 1 bis 6 A bis F. Ich habe den Tutorinnen verboten, irgendwas vorzurechnen. Die werden nicht Fahrrad fahren, sondern sie werden euch beim Fahrradfahren helfen. Okay, ihr sitzt da in eurer Lerngruppe und arbeitet an den Aufgaben. Und dann versucht ihr die Aufgabe zu verstehen und ihr habt eine Frage, ruft die Tutorin, hilft euch. Ihr kommt nicht weiter, die gibt euch einen Tipp. Das heißt, hier habt ihr individuelle Hilfe beim Lösen der Aufgaben. Und dann ist natürlich cool, wenn ihr im Tutorium, es sind ja nur 90 Minuten, wenn ihr da die Aufgaben bearbeitet, bei denen ihr Schwierigkeiten habt, damit ihr dort geholfen bekommt. Insofern wäre es gut, wenn ihr vorher, wenn ihr die Aufgaben bearbeitet habt und angedacht habt und stellt fest, okay, die ist easy, die ist schwer, die bearbeiten wir gemeinsam im Tutorium. Und anschließend, am Ende der Woche, bin ich dann da, um mit euch gemeinsam nochmal die Prozesse zu reflektieren. Wo hattet ihr Schwierigkeiten? Was war die Schwierigkeit? Wie können wir die Schwierigkeiten beheben? Ich bringe euch neue Aufgaben mit, die wir gemeinsam hier bearbeiten, die nochmal in die Tiefe gehen, wo man nochmal andere Dinge fokussiert, wo man nochmal ein bisschen was wiederholen kann und so weiter. Und dieses Konzept setzt ich jetzt seit zehn Jahren ein und es wird mir immer klarer, dass es das bessere Konzept ist als das da oben, weil ihr Fahrrad fahren lernt und dabei unterstützt werdet. Dieses Konzept hat einen bestimmten Namen. Das nennt man Inverted Classroom oder Flipped Classroom. Die Idee ist die folgende. Früher sind immer alle hier in den Hörsaal gekommen, 200, um sich hinzusetzen und gemeinschaftlich in den Rezeptionsmodus zu versetzen. Okay, einfach zuzuhören, zuzuschauen, um dann nach zu Hause Aufgabe 1 bis 6, A bis F zu lösen und dann zu scheitern. Weil manche sagen, ja, was soll ich denn mit 200 anders machen als erzählen? Aber es ist total ineffizient. Müsst ihr euch vorstellen, man kommt 200 Personen mit Bus, mit Fahrrad, mit Auto, zu Fuß, mit der Bahn. Jede Woche bewegt man sich physisch gemeinsam an einen Ort, um was zu machen, sich hinzusetzen und zuzugucken. Wie gesagt, heute das einzige Mal, dass wir das so machen, weil ich euch das Konzept erkläre. Aber eigentlich ist es ja jede Woche, jedes Mal total ineffizient. Jede Menge CO2 wird in die Luft geblasen und so weiter. Wir wissen, aus der Corona-Zeit ist es total wertvoll, gemeinsame Zeit an einem Ort. Gemeinsame, physische, leibhaftige Zeit ist kostbar. Die wollen wir eigentlich nicht verschwenden für Vorträge oder Vorlesungen oder sowas in der Art, sondern fürs gemeinsame Arbeiten. Und deswegen ist der Inverted Classroom folgendes. Ihr bearbeitet die Aufgaben 1 bis 6 zu Hause, beziehungsweise dann im Tutorium. Ihr kommt zusammen im Tutorium und dort an den Aufgaben zu arbeiten und ich bin da in der Präsenzveranstaltung, um euch zu helfen. Okay. Um das Konzept nochmal ein bisschen zu untermauern, eine Metapher. In der klassischen Vorlesung bin ich der Musikant auf der Bühne vorne. Ich mache hier ein Solokonzert. Und die Studis sind alle die ZuschauerInnen. Ihr schaut zu. Es ist bestimmt das eine oder andere gute Konzert dabei. Das Einzige, was ihr aber nicht lernt, ist zu musizieren. Im Inverted Classroom ist es andersrum. Ihr seid nicht das Publikum, sondern das Orchester. Ihr kommt zusammen, um zusammen zu musizieren. So, Orchesterprobe. Da klappt einiges noch nicht so und so, ein bisschen schief und krumm und so. Egal, ihr kommt zusammen, um es gemeinsam zu lernen. Ich bin nicht der Musiker, sondern der Dirigent. Ich verteile die Noten, ich organisiere die Lernumgebung, ich gebe den Takt vor, ich gebe Feedback. Hier die Pratschen, bitte da ein bisschen anders spielen und so weiter. Also ich begleite euch sozusagen in dem Prozess, aber ihr müsst spielen und ihr lernt, gemeinsam zu musizieren. Was wäre das aber für eine Orchesterprobe, wenn die einzelnen MusikerInnen sich zu Hause nicht auf die Veranstaltung vorbereitet hätten? Also, ihr müsst doch zu Hause erstmal euren Part proben, damit ihr, wenn ihr zusammenkommt, gemeinsam musizieren könnt. Und genauso ist auch im Inverted Classroom. Ihr müsst die Aufgaben vorher bearbeiten, euch mit den Inhalten auseinandersetzen, zu Hause, selbstständig und im Tutorium, weil hier in der Präsenzveranstaltung geht es darum, gemeinsam zu arbeiten. Ich habe neue Aufgaben dabei, es wird nichts wiederholt. Ich wiederhole nichts aus der Vorbereitung, es wird nichts zusammengefasst, ich rechne euch nicht die Aufgaben vor oder ähnliches, sondern ich habe neue Aufgaben dabei, die ihr gemeinsam musizieren sollt. Und dann müsst ihr vorbereitet sein. Ja, im Chat auf Twitch wird gerade diskutiert, dass in Mathevorlesungen öfter mal Dozenten zwölf große Tafeln vollgekritzelt haben. Ich kenne das auch aus meiner Studienzeit, da sind zwölf Tafeln vollgekritzelt. Du schreibst mit wie ein Irrer, gar nichts verstanden, aber Hauptsache abgeschrieben. Okay, ich finde, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, oder? Wir müssen nicht mehr von Tafeln abschreiben und so. Okay, also worum geht es im Inverted Classroom? Es geht um soziale Interaktionen der Präsenz. Präsenz ist wertvoll und wir wollen die Präsenz nutzen, um miteinander in Austausch zu kommen. Ja, und da ist wichtig, die Vorbereitung zählt. Ihr könnt euch vorstellen, wenn alle zusammenkommen und keiner ist vorbereitet, wird es total ineffektiv. Dann sitzen alle da so, was sollen wir machen und so weiter. Ja, toll, vergiss es. Jeder muss vorbereitet sein. Und ich setze es voraus. Wer unvorbereitet kommt, wird feststellen, er kann nicht mitmachen. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Die Vorbereitung ist total easy. Es geht ja nicht ums Kochen in der Vorbereitung. Ihr müsst ja kein Gericht machen. Ihr müsst die Zutaten sozusagen vorbereiten. Weil hier ein bisschen schnippeln, da ein bisschen schnippeln und so weiter. Die Vorbereitungsaufgaben sind so gemacht, dass ihr die gut erledigen könnt innerhalb einer Woche. Und dann kommt ihr, dann arbeiten wir hier weiter. Dann wird hier zusammen gekocht. So, genug der Metaphern. Ich begründe das Konzept nochmal anders. Das ist ein typischer, also das ist ein Diagramm. Sind wir gleich bei der mathematischen Darstellung. Auf der x-Achse findet ihr die Zeit. Hier links ist heute, da rechts ist das Prüfungsdatum. Auf der y-Achse findet ihr den studentischen Lernaufwand. Und die rote Kurve ist die, die man häufig vorfindet in Lehrveranstaltungen. Während des gesamten Semesters wird kaum was gemacht. Und am Ende geht der Aufwand nach oben vor der Prüfung. Da weint man, weil man unglaublich viel machen muss. Und wenn man dann noch eine schlechte Not hat, wenn ich bestanden habe, weint man nochmal. Ihr weint zweimal. Und es ist mega Stress hier. Ich meine, es ist ja nicht die einzige Prüfung. Ihr habt ja viele Prüfungen und so. Macht das nicht. Der Inverted Classroom hilft euch dabei, über das gesamte Semester kontinuierlich zu lernen. Weil ihr immer euch vorbereitet, immer die Aufgaben macht. Zu Hause im Selbststudium und so weiter. Kontinuierlich. Dann ist natürlich der Aufwand am Ende vor der Prüfung ein bisschen höher. Das ist klar. Da muss man schon noch lernen für die Prüfung. Aber es ist nicht so hoch. Und ihr gebt mit einer guten Note raus. So, das ist das Ziel. Ich weiß, die ExpertInnen unter euch werden jetzt sagen, ja, aber hier runter ist ja das Integral die Fläche größer als unter dieser hier. Das heißt, hier wird ja mehr gemacht. Ja, klar. Das ist das Ziel. Das Konzept hilft euch dabei, dass ihr nicht zu wenig macht, sondern kontinuierlich genauso viel wie notwendig ist. Das hat auch eine lernpsychologische Basis in der Psychologie. In vielen Studien kam raus, dass verteiltes Lernen besser ist als geblocktes Lernen. Das nennt man Spaced versus Mast Learning. Da gibt es zahlreiche Metastudien. Ich habe auch die Literatur im Anhang der Folien. Könnt ihr dann alle nachlesen und so. Wenn euch das interessiert, ist ja vielleicht auch über die Veranstaltung hinaus interessant. Ihr werdet ja LehrerInnen. Also verteiltes Lernen ist besser als geblocktes Lernen. Könnt ihr euch so vorstellen. Wenn ihr heute was lernt und dann vergesst ihr es ja wieder, dann vergisst ihr es dann leicht und dann lernt ihr es nochmal, beschäftigt euch nochmal zum anderen Zeitpunkt. Dann werden die Gedächtnisspuren wieder aktiviert und gefestigt. Dann vergesst ihr es nochmal, aber nicht so viel. Und dann beschäftigt ihr euch nochmal damit und dann werden die Gedächtnisspuren nochmal gefestigt und dann behaltet ihr es euch ein Leben lang. Wenn ihr hingegen gar nicht lernt, geblockt vor der Prüfung, dann lernt ihr es, dann vergesst ihr es und ist weg. So, das ist nicht nachhaltig. Und heute müssen wir an Nachhaltigkeit denken, bei allem was wir tun. Wir wollen keine Energie versemmeln. Auch keine Lernenenergie. Okay. Ja, ich habe euch nach eurer Einstellung zum Lernen gefragt, wenn wir schon dabei sind. Das fand ich auch sehr spannend. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Ich lerne gerne. Also hier, 1 trifft überhaupt nicht zu, 5 trifft vollkommen zu. Ich lerne gerne 3,5. Das ist schon mal nicht so schlecht. Das ist eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Ich kann mich selbst zum Lernen motivieren. Auch 3,5. Ich habe keine Ahnung, warum diese Balken hier unterschiedlich sind. Wahrscheinlich sind da Rundungsfehler oder sowas. Ich freue mich auf die Veranstaltung. 3,7. Das freut mich natürlich. Sehr schön. Ich möchte die Prüfung zur Veranstaltung möglichst gut bestehen. 4,6. Boah. Das hat mich vom Hocker gehauen. Oder? Insbesondere finde ich daran total spannend. Wir reden ja auch unter Dozenten so ein bisschen. Und da heißt es immer, die Studis, die wollen ja einfach nur bestehen. 4 gewinnt und so weiter. Die wollen ja eigentlich gar nicht wirklich gut sein. Die wollen Party machen. Was weiß ich. Nee. Ihr sagt, wir wollen möglichst gut bestehen. 4,6. Ihr seid voll leistungsmotiviert. Das ist gut. Also insgesamt kann man sagen, ihr seid motiviert, freut euch auf die Veranstaltung. Und ja, ich kann mich zum Lern motivieren. Wer sich nicht selbst zum Lern motivieren kann, ich unterstütze euch dabei. Ich werde euch motivieren. Ja, dann fand ich noch spannend hier unten. Ich habe euch gefragt, ich lerne gerne allein oder in der Lerngruppe. Ihr lernt lieber allein als in der Lerngruppe. So tendenziell. Aber es ist auch ähnlich. Wir werden in dieser Veranstaltung überwiegend in Lerngruppen lernen. Also ich lege es euch ans Herz. Warum? Kollaboratives Lernen ist im Mittel erfolgreicher als individuelles Lernen. Es kamen zahlreiche Studien raus. Hier sind die Metastudien. Das heißt, man ist im Mittel erfolgreicher, wenn man gemeinsam lernt. Da spielt auch rein Lehrer, Schüler zum Beispiel, auch kollaborativ. Also nicht total isoliert alleine. Das war ja das Problem während Corona. Man war alleine, zu Hause gesessen. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn man dann nicht mitkommt, nicht weiterkommt, bricht man ab. Wenn man aber in der Gruppe ist, trägt die Gruppe weiter. Man hilft sich gegenseitig und so. Also kollaboratives Lernen ist im Mittel gut. Das ist natürlich viel komplizierter, die Situation, als ich es hier darstelle. Aber im Prinzip ist es im Mittel so. Okay. Das heißt, ihr bildet Lerngruppen zu drei bis vier Personen. Nicht weniger. Keine zwei Personen. Zwei Personen sind soziologisch betrachtet keine Gruppe. Gibt es keine Mehrheitsentscheidung. Fünf sind zu viel. Bei fünf macht einer immer nichts. Dreier bis Vierer Gruppe. Ich werde euch auch Tipps geben und helfen, wie ihr die Gruppenarbeiten so gestaltet, dass alle immer mit dabei sind, dass ihr euch gegenseitig helft, dass keiner einfach mitgeschleift wird und so weiter. Da werden wir Rollen verteilen in den Gruppen. Ich habe jede Menge Tipps für euch, wie man gut in der Gruppe lernt. Also ihr merkt, Seitenbemerkung, ich versuche auch schon, euch didaktische Ideen mitzugeben, weil es geht ja nicht nur um Mathematik. Also wir machen hier auch viel Diskussion darüber, wie man gut lernt. Okay. Ich werde euch Tipps geben, wie man gut lernt in der Gruppe. Klammer auf. Ich weiß, ihr seid eine heterogene Gruppe. Nicht alle von euch können gut mit anderen lernen. Es gibt Menschen, die sehr introvertiert sind, im Spektrum und so weiter, die soziale Nähe nicht mögen und so weiter. Da gibt es tausend Situationen. Ich zwinge euch nicht, in Gruppen zu arbeiten. Okay. Ich empfehle es euch, weil es im Mittel wahrscheinlich sinnvoll ist, weil uns gegenseitig helfen kann. Es wird aber nicht, dass der ein oder die andere nicht alleine besser lernt als in der Gruppe. Ich empfehle es euch. Es wird aber nicht kontrolliert oder so, ja, sondern ich lege es euch ans Herz, bildet Lerngruppen. Wer das nicht möchte, macht das nicht. Kein Problem. Überhaupt ist es so. Ich versuche immer mehr zu verstehen, wie man diversitätsgerecht so eine Veranstaltung mit 200 Leuten macht. Ich kann natürlich Dinge oftmals nur für alle machen und dann passt es für einige nicht. Wenn ich irgendwas machen sollte und ihr seid in einer speziellen Situation, wo ihr sagt, das passt für mich nicht, sagt ihr mir das bitte. Okay. Weil ich will lernen, wie ich es besser machen kann und vielleicht variablere Dinge zur Verfügung stellen oder so. Und das kann ich nur, wenn ihr mir Rückmeldung gebt. Okay. Also, ihr sucht eine Lerngruppe. Falls ihr keine Lerngruppe habt und gerne eine hättet, ich habe auf Moodle ein Forum eingerichtet, die Lerngruppenbörse. Das ist sowas wie Tinder für die Veranstaltung. Ihr könnt da reinschreiben, hey, ich bin der Max, ich wohne in Eppelheim und suche noch eine Lerngruppe. Wer hat Lust und so. Und in den letzten Semestern hat das immer ganz gut funktioniert. Wenn jemand eine Lerngruppe gesucht hat, haben die anderen da auch reingeschrieben, haben sich Lerngruppen gefunden. Okay. Ja. Wichtig. Wichtiger Hinweis. Ihr diszipliniert euch als Lerngruppe. Ich werde immer freitags das neue Kapitel freischalten. für Dienstag, zwei Wochen danach. Hä? Ich liebe diese spontanen Äußerungen. Das zeigt mir, ich muss es nochmal erklären, oder? Freitag wird ein Kapitel freigeschaltet. Dann kommt das Wochenende. Dann kommt eine ganze Woche. Dann kommt wieder ein Wochenende. Und an dem Dienstag danach ist die Plenumsveranstaltung, bei der wir dieses Kapitel abschließend besprechen. Ihr habt also zehn Tage Zeit, ein Kapitel zu bearbeiten. Zwischendrin kommt ein Plenum, in dem wir das Kapitel besprechen, das zuvor freigeschaltet wurde. Es überlappt sich immer ein bisschen. Ich werde es gleich nochmal genauer erklären. Aber wichtig ist, ihr reserviert euch in eurer Lerngruppe einen Zeitpunkt, bei dem ihr euch trefft und an den Aufgaben arbeitet. In den Kalender schreibt ihr das rein. Nicht, ja, das machen wir irgendwann. Wenn ihr es irgendwann macht, macht ihr es gar nicht. Ihr diszipliniert euch selbst. In der Lerngruppe treffen wir uns immer hier, keine Ahnung, montags um neun, in der Mensa, im Studentenwohnheim, auf der Neckarwiese. Naja, jetzt nicht auf der Neckarwiese, aber keine Ahnung wo. Egal, wir treffen uns dann und arbeiten dann mal an den Aufgaben. Freitags werden ihr freigeschaltet, montags arbeiten wir dran. Dann gehen wir vielleicht donnerstags ins Tutorium und Dienstag die Woche drauf, ist die Plenumsveranstaltung. Das wäre der ideale Weg. Tragt euch einen Kalender ein, diszipliniert euch selbst. Wenn ihr an den Aufgaben arbeitet, alle Ablenker ausschalten. Kein Instagram, kein TikTok, außer ihr wollt irgendwas cooles teilen. Wenn ihr sagt, coole Aufgabenlösung, teile ich mal hier Story. Ansonsten, versucht alle Ablenker auszuschalten, konzentriert euch auf die Aufgaben, eine Stunde lang. Ja, also es geht, insbesondere um das gemeinsame Lern. Das habe ich schon gesagt, kann ich überspringen. Gut. So. Jetzt habe ich ja gesagt, es gibt Tutorien. Dort sind Tutorinnen da, die euch helfen in kleinen Gruppen. Dort sitzt ihr in der Lerngruppe, arbeitet an den Aufgaben und die unterstützen euch. Wie unterstützen die euch? Eine Metapher, die dazu passt, ist die folgende. Problemlösen ist wie das Hochklettern auf einer Leiter. Ihr als Lerngruppe wollt ein Problem lösen und die Leiter hochklettern. Jetzt könnt ihr irgendwo eine bestimmte Sprosse nicht mehr greifen. Ihr kommt nicht weiter. So, jetzt kommt die Tutorin und die macht jetzt nicht das folgende, die verrät euch nicht die Lösung. Die nimmt euch nicht und setzt euch oben hin. sondern sie hebt euch ein Stück hoch, sodass ihr die nächste Sprosse greifen könnt und dann müsst ihr weiterklettern. Das heißt, sie läuft rum, das sind die Lerngruppen, arbeiten, ihr meldet euch, hier kommen wir nicht weiter, sie guckt euch über die Schulter, sagt, ah ja, okay, da könnt ihr vielleicht mal dies und jenes probieren, dann macht mal weiter, dann arbeitet ihr weiter und sie läuft rum zur nächsten Gruppe. Sie ist immer so zwei, drei Minuten bei einer Gruppe, redet mit denen, schaut, gibt einen Tipp, wie es weitergeht und geht zur nächsten Gruppe, von Gruppe zu Gruppe. Dann kommt sie wieder später bei euch vorbei, guckt, ob es geklappt hat oder ein weiterer Tipp notwendig ist, so in etwa. Andere Metapher ist, Problemlösen ist wie ein Marathonlauf. Ihr wollt starten und ins Ziel laufen, so zwischendurch fallt ihr irgendwo hin. Jetzt nehmt die Tutorin euch nicht und huckepack und trägt euch ins Ziel, sondern sie hebt euch auf und gibt euch vielleicht noch einen Schubs in die richtige Richtung oder so und dann lauft. Okay. Braucht ihr nicht abschreiben, werde ich euch gleich in Moodle freischalten. Das sind die Tutorien. Es gibt vier Tutorien, Tutorienzeiten, Präsenz-Tutorien, zu denen ihr mit eurer Lerngruppe gehen könnt. Idealerweise geht ihr mit eurer gesamten Lerngruppe in dasselbe Tutorium natürlich, damit ihr euch da gemeinsam hinsetzen könnt. Ich weiß, es sind eingeschränkte Zeiten, diese vier. Es waren die besten, die wir finden konnten. Also wir haben nicht freitags, vormittags um acht genommen und so, weil da erfahrungsgemäß keiner kommt. Und es hängt ein bisschen davon ab, oh, jetzt habe ich die Kamera, glaube ich, ausgeschaltet. Nein, sie folgt mir noch. Okay. Es hängt ein bisschen davon ab, natürlich, wann die Tutorien Zeit haben. Die studieren ja selbst und wann Räume frei sind und so weiter. Das sind die vier besten Zeiten gewesen. Ich werde nachher in Moodle gleich im Anschluss an die Veranstaltung eine Tutorien, Belegungs, Anmeldungs, Content Element freischalten. Und da könnt ihr euch für die Gruppe anmelden. In jeder Gruppe habe ich jetzt mal so 40 Plätze, glaube ich, als Grundlage genommen. Schauen wir mal. Falls ihr einen Platz nicht bekommt, den ihr gerne hättet, tragt euch eine andere Gruppe ein und versucht zu tauschen. Ich habe da noch ein Forum, Gruppentausch, Tutorientausch eingerichtet. Falls ihr zu den Zeiten nicht könnt oder falls ihr nicht in eine Präsenzsitzung gehen wollt, kein Problem. Wir haben diesmal erstmals auch eine Online-Sprechstunde auf Discord. In Moodle wird immer gepostet, wann diese Online-Sprechstunde ist. Da wird dann gepostet, die Online-Sprechstunde ist nächste Woche dienstags um 11, donnerstags um 13 und so weiter. Wenn ihr das nutzen wollt, könnt ihr euch auf Discord bei dem Event eintragen. Das zeige ich euch nachher noch. Und dann könnt ihr mit eurer Gruppe auch in die Online-Sprechstunde gehen. Die wird flexibel zu verschiedenen Zeiten stattfinden. Also, ja, wir versuchen euch bestmöglich zu unterstützen. Und auch da ist wieder sozusagen die Idee, nicht jeder mag in ein Präsenz-Tutorium zu gehen, nicht jeder mag online. Also bieten wir beides an. Okay. Die Tutorien starten morgen. Das heißt, nachher gibt es die erste kleine Aufgabe. Das ist wirklich nur eine kleine Aufgabe. Also im Sinne von, die ist in zwei Minuten erklärt. Und dann könnt ihr schon morgen ins Tutorium gehen und daran arbeiten. Also, nach dieser Veranstaltung schalte ich die Beigabe für die Tutorien frei. Ihr meldet euch für die Tutorien an. Und dann könnt ihr ab morgen reingehen und an den Aufgaben arbeiten. Oder ins Online-Tutorium. Es wird auch schon Online-Sprechstunden geben. Die werden nachher auch in Moodle gepostet, ins Forum. Okay, genau. Das wird nachher freigeschaltet. Eintragung in Tutorien und Tausch von Tutorienplätzen. Okay. Jetzt denken sich vielleicht die ein oder andere, ja, hä, da vorbereiten zu Hause und so. Das ist ja so viel Aufwand. Verlangt er da nicht zu viel von uns? Ich rechne es euch vor. Ihr wisst, ein Leistungspunkt sind in etwa 30 Stunden Aufwand im Semester, 15 Semesterwochen, zwei Stunden pro Woche. Ein Leistungspunkt sind etwa zwei Stunden pro Woche. Die Rechnung stimmt nicht ganz. Ich werde euch ja sagen, warum, aber gehen wir mal erstmal davon aus, von diesem einfachen Modell. Ein Leistungspunkt, zwei Stunden pro Woche. Ich darf nicht diese Hand so bewegen, weil dann checkt die Kamera denkt, ich will den Verfolgmodus ausmachen. So, jetzt. Immer einen aufs Bock, oder? Jetzt, okay. So, die Veranstaltung InsideMath hat fünf Leistungspunkte, das heißt, Aufwand zehn Stunden pro Woche. Gulp, zehn Stunden pro Woche steht so im Modulhandbuch. Das teilt sich folgendermaßen auf. Zwei Stunden für das Plenum am Dienstag, also die Veranstaltung heute, sind zwei Stunden, ein Leistungspunkt. Das Tutorium sind auch zwei Stunden, ein Leistungspunkt. Und dann haben wir noch sechs Stunden für die Vorbereitung, sechs Stunden für das Individuelle oder Lerngruppenarbeiten an Aufgaben, Videos schauen, Texte lesen und so weiter. So. Ich weiß, also erstens ist die Rechnung nicht ganz korrekt, weil die Leistungspunkte beziehen sich aufs ganze Semester, nicht nur auf die Vorlesungszeit. Die beziehen auch so etwas ein, dass in manchen Veranstaltungen Hausarbeiten geschrieben werden in der Semesterfreien, in der vorlesungsfreien Zeit und so. Also, sagen wir mal, es sind nicht fünf Leistungspunkte, sondern ein bisschen weniger. Außerdem gibt es noch einen Leistungspunkt für die Klausurvorbereitung, den man auch irgendwie berücksichtigen muss. Und ich weiß auch, ihr habt auch noch andere Dinge zu tun, Care-Aufgaben, Arbeiten zum Beispiel und so. Das heißt, wir machen aus den sechs Stunden drei Stunden. Okay, ich komme euch entgegen. Drei Stunden Vorbereitung, vielleicht zwei. Ist natürlich individuell unterschiedlich. Die einen sind schneller, die anderen langsam und so weiter. Dann mittel drei Stunden wird reichen. Okay, das könnt ihr schaffen, oder? Hey, ich bin euch entgegengekommen jetzt, ja? Es werden eigentlich sechs und ich sage drei. Ich bin total nett. Ihr müsst jetzt jubeln oder so. Ja, genau. Okay. Die Veranstaltungsmaterialien kriegt ihr in Moodle. Viele von euch haben sie schon angemeldet, wer noch nicht, ich werde euch gleich im Rahmen der Veranstaltung gleich nochmal Gelegenheit geben, euch da anzumelden, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Stud.IP habe ich nur eingerichtet, damit ihr alle euch da am Anfang sammelt und ich euch den Link zu Moodle reinposten kann. Wir werden aber das ganze Semester in Moodle arbeiten, nicht in Stud.IP. Dort kann man irgendwie schöner diese Kapitel arrangieren, die Materialien zur Verfügung stellen und so weiter. Ja, dort findet ihr jede Menge Aufgaben, das wäre so ein Aufgabenblatt und Videos. Ich habe jede Menge, also seht ihr, ich zeichne ja hier permanent auf und so. Es wird jede Menge Videos geben, die ihr dann auch in Vorbereitung anschauen sollt, in denen euch was erklärt wird zum Beispiel. Das findet ihr alles auf Moodle. Außerdem werden wir eine andere Plattform noch nutzen, bei der ihr euch auch anmelden müsst, die Mathebrücke. Die Mathebrücke ist ja eigentlich eine Veranstaltung von Guido Pinkernell so für den Übergang von Schule zur Hochschule. Die findet, das ist eigentlich eine Veranstaltung, die heißt so, die Mathebrücke, die findet einmal im Semester statt und da könnt ihr auch teilnehmen, wenn ihr wollt, wenn ihr so Dinge wiederholen wollt, wie Bruchrechnen, Prozentrechnen oder so. Wer das drauf hat, es geht nur um Sekundarstufe 1 Stoff, wer das drauf hat, braucht da nicht hingehen, wer sagt, ich habe da große Lücken noch, ich habe viel vergessen und so, der sollte da hingehen. Okay. Die Plattform der Mathebrücke nutzen wir aber auch in dieser Veranstaltung und zwar wird es dort Übungsaufgaben geben. Die Mathebrücke ist nämlich eine Plattform, bei der man, wenn man sich angemeldet hat, eine Aufgabe bekommt und wenn man die gelöst hat, kann man das Ergebnis eingeben und die erkennt relativ flexibel, ob man richtig gerechnet hat, gibt einem Feedback, erkennt typische Fehler, sagt, guck mal, da hast du diesen oder jenen Fehler gemacht, machst du mal so und so und man kann die Aufgaben beliebig oft wiederholen mit immer anderen Werten. Das heißt, das ist so eine Trainingsmaschine, sozusagen, die euch dabei unterstützt, besser zu werden und Fehler auszuräumen. Und das könnt ihr rund um die Uhr verwenden und die korrigiert euch und gibt Feedback. Das ist also nicht der Dozent, der ein F an den Rand schreibt oder so, sondern die Maschine gibt euch ganz unemotional Feedback, ja, da hast du nicht richtig gerechnet und da könntest du dies und jenes machen, gibt euch noch Tipps zum besseren Rechnen und so. Also das solltet ihr machen. Ja. Es wird so sein, es wird Übungsaufgaben geben in der Mathebrücke und am Ende eines Tutoriums, in den letzten zehn Minuten, setzt ihr euch mit der Lerngruppe an einen Rechner und macht diese Übungsaufgaben. Ihr könnt ihr natürlich auch alleine die ganze Woche über machen, aber im Tutorium, auch die letzten zehn Minuten, setzt ihr euch zusammen mit einem Laptop an diese Übungsaufgaben. Das heißt, einer der Lerngruppe sollte ein Laptop oder ein Tablet oder so dabei haben. Außerdem schalte ich euch immer Freitag vor der Plenumsveranstaltung, in der ein Kapitel besprochen wird, Testaufgaben frei, mit denen ihr nochmal testet, ob ihr perfekt vorbereitet seid fürs Plenum. Die macht ihr alleine bis dienstags acht Uhr, weil dann kann ich nochmal schauen, wo vielleicht Verständnisprobleme lagen. Wenn viele von euch bei einer Aufgabe einen Fehler gemacht haben, sehe ich das dann und dann kann ich darauf eingehen. Das Ganze ist anonym. Ich weiß nicht, wer welche Aufgaben gerechnet hat oder wer wie abgeschnitten hat oder so. Ich kriege nur das summative Feedback, so und so viel haben wir bei der und der Aufgabe richtig gemacht und so und so viel bei der und der Aufgabe. Okay? Das heißt, mach die Testaufgaben ab Freitag, Dienstag bis acht Uhr und dann kriege ich ein Feedback und kann darauf aufbauen und hier die Präsenzveranstaltung gestalten. Okay, so, hier nochmal in der Übersicht. Freitags wird ein Kapitel freigeschaltet, das zehn Tage später dienstags im Plenum abschließend besprochen wird. Zwischendurch lernt ihr in eurer Lerngruppe und geht ins Tutorium, arbeitet an den Vorbereitungsaufgaben und Freitag vor dem Plenum werden die Testaufgaben freigeschaltet, um zu testen, ob ihr ordentlich vorbereitet seid. Nochmal, anders gesagt, was wird freitags freigeschaltet? Freitags wird freigeschaltet, ein neues Kapitel. Freitags wird ein neues Kapitel freigeschaltet mit Vorbereitungsaufgaben, Lehrmaterialien und Trainingsaufgaben in der Mathebrücke. Außerdem vom aktuellen Kapitel die Testaufgaben, ja, also es wird ein neues Kapitel freigeschaltet, das in 10 Tagen besprochen wird und vom aktuellen Kapitel, das am Dienstag besprochen wird, die Testaufgaben und vom Kapitel, das bereits abgeschlossen ist, die Lösung, Lösungshinweise. Am Anfang klingt es ein bisschen kompliziert, ihr kommt rein, nach drei Wochen ist alles klar. Das heißt, heute gebe ich euch euch mal kurz überlegen, wie ich es am Anfang mache. Heute kriegt ihr eine Aufgabe, die wir am nächsten Dienstag besprechen. Das ist sozusagen eine Ausnahme. Heute kriegt eine Aufgabe, die wir am nächsten Dienstag besprechen. Und ich werde euch am Freitag das Kapitel freischalten, das wir dann eine Woche später besprechen, also 10 Tage später. Jetzt am Anfang ist es ein bisschen kompakter, aber die Aufgabe ist auch eine kleine Aufgabe und so. Also ich gebe euch heute eine Aufgabe nachher, die wir nächste Woche Dienstag besprechen. Am Freitag wird das nächste Kapitel freigeschaltet. Okay. So, jetzt wird öfter mal gefragt, Social Media, wie gehen wir damit in der Veranstaltung um? Es gibt öfter mal folgende Situation, jemand schreibt was an die Tafel, du, die sitzt da, fotografiert ab, Dozent regt sich auf. Es wird nicht in einer Veranstaltung abfotografiert und so weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, wir klären das gleich am Anfang, wie wir damit umgehen, damit wir da keine Probleme haben. Ich habe mal gefragt, das ist jetzt rein Interesse halber, welche Plattform setzt ihr so ein? TikTok, 47 Prozent. Ich mache diese Umfrage jetzt schon einige Semester. TikTok steigt von Semester zu Semester in der Prozentsahl. Irgendwann wird es Instagram überholen. Instagram habt ihr fast alle, interessanterweise. Snapchat lebt immer noch scheinbar. Okay. Twitter nutzt keiner von euch, kaum jemand. Twitch und Discord, das hat mich jetzt besonders interessiert, weil sie auch in der Veranstaltung einsetzen, auch wenige. Okay. Dann habe ich euch noch gefragt, wie nutzt ihr Social Media? Im Wesentlichen privat, sehr oft hier mit vier, im Studium eher weniger. und ihr postet auch relativ wenig selbst, sondern konsumiert nur. Übertrieben gesprochen. Also Social Media ist bei euch im Wesentlichen privater Konsum. Ich denke, Social Media hat viel mehr Potenzial als das. Ihr als zukünftige LehrerInnen müsst euch vernetzen mit anderen LehrerInnen und euch Material austauschen, über Probleme unterhalten, Problemlösungen finden für individuelle Schwierigkeiten und so weiter. Und oftmals findet man die auch in Social Media bei anderen LehrerInnen. Auf Instagram gibt es beispielsweise das Instagram Insta-Lehrerzimmer als Hashtag. Wenn ihr nach Insta-Lehrerzimmer auf Insta sucht, findet ihr jede Menge andere LehrerInnen, die da Aufgabenblätter posten und Tipps und Tricks posten und so weiter. Vernetzt euch mit denen. Ihr könnt gemeinsam euch austauschen. Ihr könnt gemeinsam euch austauschen und vielleicht auch neue Dinge lernen von denen. Oder ihr könnt denen Tipps geben, indem ihr etwas postet, was denen hilft. Und insbesondere denke ich, gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, dass wir mehr wissenschaftlichen Content in Social Media brauchen. Es wird immer mehr anti-wissenschaftlicher Schwurbelkram auf TikTok und so weiter publiziert. Rechtsextreme, populistische Dinge und die Jugendlichen konsumieren das alles. Es fehlt ein Gegengewicht. Wir brauchen mehr Wissenschaft und wir brauchen mehr Mathe, andere Wissenschaften in den For You Pages. Das heißt, ich würde euch empfehlen, macht das. Und das dürft ihr auch in dieser Veranstaltung machen. Wenn ihr etwas Schönes geschafft habt, eine tolle Aufgabe, dürft ihr das aus meiner Sicht posten. Ihr dürft auch alles das, was hier vorne passiert, posten. Ihr müsst nur ein paar Regeln beachten. Erstens Urheberrecht beachten, also nicht irgendwelche Skripte oder sowas ins Netz stellen, das dürft ihr natürlich nicht und Persönlichkeitsrechte beachten. Das heißt, wenn irgendjemand auf dem Bild ist, müsst ihr denjenigen fragen, ob das für den okay ist, wenn ihr das postet. Okay? Von mir bekommt ihr die Generalerlaubnis, sofern ihr nicht postet, was ist ein Kackdozent oder so, mit Bild, dürft ihr gerne, auch wenn ich hier vorne was hingeschrieben habe oder so, dürft ihr gerne abfotografieren und posten, alles kein Problem. Also ich gebe euch die Generalerlaubnis, eure Kommilitoninnen fragt ihr bitte vorher, wenn ihr irgendwas postet. Falls ihr es postet, gerne dieses Hashtag verwenden und die pH Heidelberg ist ja mittlerweile auch sehr stark im Netz unterwegs, auch auf Insta und TikTok noch nicht, aber Insta und diese Hashtags werden von der pH Heidelberg empfohlen. Meine pHD ganz besonders und so. Ich habe sie mal hier aufgeführt, falls ihr das in den Kontext stellen wollt, weil so funktioniert die Vernetzung in Social Media. Okay. Jetzt verliere ich mal ein Wort darüber, was wir hier eigentlich machen mit dem Streaming. Warum mache ich das? Ich streame aus der Veranstaltung. Warum mache ich das? Erstens, oder ich muss anders sagen, eigentlich, wir arbeiten hier sehr interaktiv. Das Streaming macht eigentlich nur zum Teil Sinn, denn in der Vorlesung, wenn ich hier vorne 90 Minuten erzähle, macht es natürlich die ganze Zeit Sinn. Aber wir werden so arbeiten, ich werde eine Aufgabe mitbringen, ihr werdet zehn Minuten in der Gruppe an der Aufgabe arbeiten, ich laufe rum und helfe euch und so weiter und dann kommen wir nach vorne und besprechen die Lösung und so. Dann macht jetzt das Streamen, während die Aufgabe bearbeitet wird, nicht so viel Sinn, wenn wir hier vorne was besprechen, schon. Das bedeutet aber, hier zu sein ist auf jeden Fall besser als nicht hier zu sein. Trotzdem kann es ja sein, dass mal jemand von euch krank ist. Keine Ahnung, Fuß gebrochen oder so, ich kann nicht kommen, ich kann aber lernen. Dann sitzt man zu Hause und dann ist der Stream immer noch besser als nix. Okay, das ist die Idee. Ihr kriegt dann ein bisschen was mit und teilen mit. Ihr kriegt natürlich nicht die Interaktion im Hörsaal mit. Das ist sozusagen das Argument, ihr solltet auf jeden Fall kommen. Also, die hybride Teilnahme zu Hause ist keine echte Alternative, noch nicht. Ich versuche, das da hinzubringen, aber momentan so, die Interaktion im Hörsaal ist halt immer noch entscheidend. Wenn ihr aber nicht kommen könnt und ihr könnt nicht kommen, weil Öffis streiken, das hat man im letzten Semester mal gehabt, Öffis haben gestreikt, da war ich hier alleine mit meiner Kamera, so der Motto, ja, waren schon ein paar da, aber das kann passieren und so weiter und so weiter. Wenn ihr live teilnehmen wollt, könnt ihr das auf Twitch machen. Warum mache ich das auf Twitch? Weil ich auch meine Lehre öffne für Menschen da draußen, die interessiert sind an Mathe. Ich finde es cool, wenn wir hier schon arbeiten und ich bin auch vom Staat bezahlt und so und dann kann man der Gesellschaft ja was zurückgeben und Leute von außen, die mögen auch teilweise mal so eine Mathe-Veranstaltung reinschnuppern, deswegen streame ich das sozusagen komplett auch für Leute von draußen, sodass jetzt momentan wahrscheinlich Leute zugucken von draußen und vielleicht eure Kommilitonen, in die nicht kommen können. Und das versuche ich jede Woche zu machen. Ich kann es euch nicht versprechen, manchmal funktioniert es nicht, manchmal geht die Technik nicht, manchmal fehlt es WLAN und so weiter. Okay, Pech gehabt, dann kein Stream. Aber ich versuche es sozusagen jede Woche zu machen und falls ihr nicht kommen könnt, habt ihr auch zumindest eine gewisse Alternative teilzunehmen. Ja, falls ihr nicht parallel live teilnehmen könnt, weil ihr krank seid und nicht lernen könnt, ihr liegt mit 40 im Fieber, mit Fieber im Bett oder so, könnt ihr nicht lernen. viele dieser Dinge, die wir hier machen, werden parallel auch aufgezeichnet und dann als Video auf YouTube zur Verfügung gestellt. Das heißt, selbst dann könnt ihr im Nachhinein nochmal nachvollziehen, was wir gemacht haben. So. Ich habe vorhin das kollaborative Lernen gelobt und es ist wichtig, dass ihr in der Lerngruppe zusammen lernt. Jetzt kann es sein, dass ihr in eurer Lerngruppe mal etwas nicht hinbekommt. Und ihr wollt aber nicht bis zum Tutorium warten. Bitte verharrt nicht in dieser Hilflosigkeit. Oh, wir können die Aufgabe nicht lösen. Okay, wir warten. Nee. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr euch schon hilfreiche Tipps holen könnt. Eine Möglichkeit, die ich biete, ist das Forum in Moodle. Zu jedem Kapitel wird es ein Forum geben, in das ihr eure Fragen und Ideen und Lösungsansätze reinschreiben könnt. Also ihr könnt da reinschreiben, wir checken nicht, wie man bei Aufgabe 2 anfangen kann oder wie man da weiter, wir sind so und so weit gekommen, wie kann man weitermachen? Oder wir haben hier eine Lösung, sind uns aber nicht sicher, ob die richtig ist. Kann die mal jemand checken? Bitte, wenn ihr Lösungen verratet, schreibt Spoiler in Subject, damit jemand, der die Lösung selbst noch ausfinden will, nicht versehentlich die Lösung sieht. Das wäre schade. Also falls ihr was verratet, Spoiler in Subject. Ansonsten bitte einfach Fragen ins Forum stellen. Erfahrungsgemäß finden viele das Forum etwas umständlich in Moodle, weil das kann man nicht so richtig mobile benutzen. Deswegen haben wir jetzt auch, also kommt gleich, genau, vielleicht noch ein Pro-Tipp. Die Moodle-Foren-Beiträge werden per Mail euch zugestellt. Erstens, ihr wollt nicht für jeden Moodle-Beitrag eine eigene Mail haben. Man kann in Moodle einstellen, nur einmal pro Tag eine Zusammenfassung zu bekommen. Die Anleitung dazu steht auf Moodle. Zweitens, ihr müsst die Mails lesen. Ich weiß, Mails sind Cringe, aber es ist halt immer noch das Standard-Kommunikationsmittel in der Wissenschaft. Über Webmail da reinzugehen und so ist umständlich. Ihr könnt die Mails auf dem Handy abonnieren. Ihr könnt auf dem Handy in eurem Mail-Programm einstellen, den iMap-Server von dem PH-Mail-Account und dann kriegt ihr eine Push-Nachricht, genauso wie ihr eine Instagram-Direct-Message auf dem Handy seht. Also, die Anleitung findet ihr auf dem Link. Die Folien kriegt ihr natürlich später auch in Moodle. Also, die Anleitung findet ihr unter dem Link. Da geht ihr rein und da steht drin, wie ihr das macht. Und dann verpasst ihr keine Mail mehr. Und die Mails sind ja wichtig. Ihr kriegt ja Campus-News, ihr kriegt irgendwelche Erinnerungen an die Immatrikulation oder Wiederimmatrikulation und so weiter. Irgendwelche Deadlines kommt alles per Mail. Abonniert das bei eurem Handy. Okay. So, jetzt zum Forum. Ich weiß, viele finden Foren auf Moodle umständlich. Deswegen haben wir jetzt angefangen, eine Möglichkeit des Austauschs zu bieten, die mobile ist. Und zwar haben wir auf Discord, wir haben einen eigenen Discord-Server, haben wir einen Channel eingerichtet im Mathe-Bereich, der InsideMath heißt. Und dort könnt ihr auch eure Fragen stellen. Ihr sitzt in der Lerngruppe zusammen und sagt, Mensch, wir wissen nicht, wie das geht. Stellen die Frage dort. Oder wir haben eine Idee für eine Lösung, aber kann dir mal jemand gegenchecken und so. Könnt ihr dort posten. Das ist relativ easy mit dem Handy abfotografieren, hochladen. Vorteil, auf diesem Server sind nicht nur Studis, sondern auch sonstige Mathe-Interessierte. Da sind mittlerweile 770 Mitglieder auf dem Server, die sich über Mathe austauschen und so weiter bei allen möglichen Themen und die auch gerne helfen. Also, ihr könnt jederzeit Hilfe bekommen. Wenn ihr das nutzen wollt, könnt ihr da drauf gehen. Seid mir, ich zwinge natürlich niemanden, auf Discord zu gehen. Das ist ja ein Server von einem externer Server und so. Das ist eine zusätzliche Möglichkeit. Wer das nicht möchte, kann die Moodle-Foren nutzen. Okay? Das ist aber auch eine sehr niederschwellige Art und Weise, sich auszutauschen. Also, dort könnt ihr auch Fragen stellen. Ja, ähm, außerdem, warum habe ich das jetzt nochmal gemacht? Ach so, genau. Also, hier seht ihr, könnt ihr Fotos machen und dann wird eine Frage gestellt und dann kann jemand antworten und so und dann, ja, kommt ihr relativ schnell Hilfe. Außerdem habe ich noch, haben wir noch andere Channels hier eingerichtet. Es gibt einen Sprachkanal Study With Me. Wenn ihr lernt, da sind manchmal Leute drin, die einfach nur lernen und nicht alleine sein wollen. Kann man sich da reinschalten oder lernt von halt gemeinsam, plaudert mal ein bisschen und so. Und es gibt während dem Livestream, also jetzt, wenn wir hier Livestream machen und wir gehen in Interaktionsphasen, ne, ich lasse euch zehn Minuten arbeiten, dann biete ich denjenigen, die von draußen zuschauen, die Möglichkeit, auf Discord in Breakout Rooms zu gehen. So was wie ein Zoom in Breakout Room. Da kann man da reingehen und sich gemeinsam über die Aufgaben austauschen. Das heißt, wer online teilnimmt, muss in den Interaktionsphasen nicht zehn Minuten warten, bis es vorne weitergeht, sondern man kann sich in diesen Breakout Rooms mit anderen austauschen. Okay. Wichtig ist, wenn ihr auf Discord geht und euch da die Channels sucht, hier ganz oben gibt es Kanäle und Rollen und da kann man ausschauen, welche Kanäle man sehen möchte und da gibt es prinzipiell den Mathe-Bereich, den solltet ihr dann angehakt haben. Es gibt auch einen Didaktik-Bereich und einen Livestream-Bereich und so weiter. Da könnt ihr euch einzelne Kanäle oder ganze Kanalbereiche sozusagen abonnieren oder nicht abonnieren und hier oben unter Kanäle durchstöbern, könnt ihr nochmal einzelne an- oder ausschalten, weil das ist momentan ziemlich viel Aktivität und dann kann man sich das übersichtlich gestalten. Also ihr merkt, ich versuche euch möglichst viel Unterstützung zu geben bei allem, was ihr macht. Ich möchte, dass ihr am Ende mit guten Ergebnissen aus der Veranstaltung rauslauft. Es ist aber ein Stück weit in eurer Verantwortung, all die Angebote zu nutzen. Okay, da findet auch die Online-Sprechstunde statt, da gibt es Events und es sieht dann so aus, zum Beispiel jetzt hier Donnerstag, diesen Donnerstag um 12 Uhr gibt es eine Online-Sprechstunde und Freitag gibt es um 17 Uhr eine und da könntet ihr euch als interessiert markieren, müsst ihr nicht, könnt ihr machen, dann sieht man ungefähr wie viele kommen werden und das findet dann hier in diesem Channel statt. Okay. Eine Frage, die immer wieder gern gestellt wird, ist, brauchen wir einen Taschenrechner? Nein, im Gegenteil, ihr sollt keinen benutzen. Warum? Ihr müsst gute Kopfrechner werden. GrundschullehrerInnen müssen im Kopfrechnen gut sein. Ihr könnt euch nicht neben einen Drittklässler stellen, der gerade eine Aufgabe gerechnet hat, mit dem Taschenrechner kontrollieren, ob der richtig gerechnet hat. Das ist peinlich. Ihr müsst sehen, wie hat er gerechnet, was hat er gerechnet, was ist das richtige Ergebnis, warum hat er ein falsches Ergebnis raus, wie hat er wahrscheinlich gerechnet und so weiter. Ihr müsst echt gut im Kopfrechnen sein. Das heißt, benutzt keinen Taschenrechner, fangt jetzt an, im Kopf zu rechnen. Es hilft ja nichts. Ihr müsst am Ende, also in der Klausur ist auch kein Taschenrechner zugelassen, aber im Leben auch nicht als Mathelehrer in der Unterrichtsstunde. Das heißt, ihr müsst das üben. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin noch nicht gut im Kopfrechnen, müsst ihr es üben. Und in der Veranstaltung habt ihr viel Gelegenheit. Ich gebe euch jede Menge Kopfrechentricks an die Hand. Wir werden Kopfrechner gemeinsam üben und so weiter. Aber ihr müsst es tun. Und ihr müsst selbst die Verantwortung spüren, das zu machen und euch selbst entscheiden, jetzt Kopfrechnen zu üben. Ich werde nicht neben euch stehen und sagen, du rechnest jetzt im Kopf. Das müsst ihr euch selbst sagen. Oder in der Lerngruppe, in der Lerngruppe kontrolliert ihr euch gegenseitig. Wenn jemand zum Taschenrechner greift, haut er dem mal auf die Hände. Nicht so brutal. Verbal haut er dem mal auf die Hände. Nicht den Taschenrechner nehmen. Wir rechnen es jetzt im Kopf. Komm, wir kriegen es hin. Okay, dann ein Wort noch zur Prüfung. Die Prüfung ist eine 90-minütige Klausur. Die besteht zu 50% aus InsideMath und zu 50% aus Didaktik 1. Und die müsst ihr nur bestehen. Natürlich ist es schön, ihr wollt ja alle, haben wir vorhin gesehen, so gut wie möglich bestehen. Das ist genau die richtige Haltung. Aber jetzt formal gesehen kriegt ihr da keine Note, sondern ihr müsst die nur bestehen. und braucht 50% der Gesamtpunktzahl. In beiden Teilen zusammen 50%. Nicht jeweils in beiden die Hälfte. Es kann doch sein, dass ihr bei mir volle Punktzahl hatten, Didaktik 1.0. oder umgedreht, habt ihr bestanden. Bitte nicht darauf lernen. Das funktioniert nicht. Sondern es wird zusammengerechnet für 5%. Der Termin ist voraussichtlich Mittwoch, 5.2. Und die Online-Anmeldung ist in dem Bereich. Es darf nur jeder an der Prüfung teilnehmen, der sich angemeldet hat. Wer nicht angemeldet ist, darf nicht kommen. Wer angemeldet ist, muss kommen. So ist die Regel. Okay. Jetzt habe ich euch noch nach der Einstellung zur Mathe gefragt. Und das ist auch eine meiner Lieblingsfragen in dem Fragebogen. Vielleicht kommen wir zum Ende. Wie ist eure Einstellung zur Mathe? In Mathe bin ich ein hoffnungsloser Fall. 2 von 5. Super. Keine oder kaum hoffnungslose Fälle hier. Wenn ich mich anstrenge, kann ich mich in Mathe verbessern. 4. Das fand ich super. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ihr diese Einstellung habt. Oftmals haben Menschen so eine Fixed-Mindset-Einstellung. Ich kann Mathe nicht. Mathe ist nur was für Genies. Mathe, keine Ahnung, ist alles Quatsch. Jeder kann Mathe lernen, wenn man sich anstrengt. Das ist die richtige Haltung. Wenn ich mich anstrenge, dann kann ich mich auch verbessern. Ansonsten, hier Mittelfeldmathe war ich immer gut. Ich kann euch beruhigen. Es spielt hier nicht so groß eine Rolle, ob ihr in der Schule Mathe gut wart oder nicht. Werdet ihr sehen. Dann, ich habe Angst vor Mathe. Das ist natürlich, das ist nicht so gut. Da hätte ich gerne eins. Man braucht eigentlich keine Angst vor Mathe haben. Mathe beißt einen nicht oder so. Frisst einen nicht. Nichts. Das natürlich basiert oftmals auf schlechten Erfahrungen, die man gemacht hat. Es liegt ja oftmals nicht an Mathe, dass man vor Mathe Angst hat, sondern an schlechten Matheunterricht, den man erfahren hat. Wenn man schlechten Matheunterricht erfahren hat, wird man oft dahin gebracht, dann Angst davor zu haben. Man musste an der Tafel vorrechnen, konnte nicht, ist in Tränen ausgebrochen, hat die Prüfung nicht bestanden, alle haben geschimpft und so weiter. Wenn ihr Angst vor Mathe habt oder wenn ihr eine schlechte, negative Einstellung gegenüber Mathe habt oder so. Erstens, ich versuche euch dabei zu unterstützen, das im Laufe dieses Semesters zu wechseln in ich mag Mathe. Denn ihr wollt ja später 40 Jahre lang Mathelehrerin werden. Mathelehrerin, Mathelehrer. Ihr wollt einen Unterricht machen, sodass die SchülerInnen, eure SchülerInnen nicht später hier bei mir sitzen, sagen, ich habe Matheangst. Das ist eure Verantwortung. Und ihr könnt SchülerInnen nur für Mathe begeistern, wenn ihr selbst begeistert seid davon. Das heißt, ihr müsst euch für das Thema begeistern. Ihr müsst euch für alle Themen begeistern, die ihr im Unterricht vermitteln wollt. Ihr müsst begeisterte LehrerInnen sein. Und es muss authentisch sein. Und es muss genau authentisch rüberkommen. Und ihr müsst SchülerInnen dabei begleiten, keine Matheangst zu entwickeln, sondern positives Selbstkonzept bezüglich Mathe, mathematische Selbstwirksamkeit und so weiter. Das ist eure Aufgabe. Und ich versuche sozusagen im Rahmen dieser Veranstaltung euch dabei zu unterstützen, das zu entwickeln. Falls ihr da Schwierigkeiten habt und falls ihr, manchmal hat man Situationen, da möchte man sich nicht outen oder so, dürft ihr mir gerne auch anonyme Fragen stellen. Vollkommen anonym, die beantworte ich anonym. Ihr dürft natürlich auch gerne sonst jederzeit zu mir kommen. Aber das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, falls ihr euch in einer Situation befindet, in dem ihr in dem ihr sagt, ich habe große Prüfungsangst, ich habe überhaupt große Angst oder ich entwickle so etwas wie eine Depression oder so, bleibt damit nicht alleine. Niemand muss damit alleine sein. Es gibt, es ist, seid ihr nicht alleine damit, es gibt so viele, die das haben, leider. Es gibt so viele, die im Studium depressiv sind, Depressionen haben, depressive Stimmung. Es gibt so viele mit Prüfungsangst und so weiter. Dafür braucht man sich nicht schämen. Das ist ein psychologisches Phänomen, das man angehen kann und lösen kann. Aber nicht alleine. Das schafft man alleine nicht. Da braucht man Hilfe. Und die Hilfe könnt ihr bekommen. Und eine Hilfe, die es gibt, ist vom Studierendenwerk die psychosoziale Beratung. Die haben Sprechstunden, die haben Online-Sprechstunden, da kann man sich hinwenden. Das heißt, wenn ihr bei euch bemerkt, ich brauche da Hilfe, ich brauche jemanden, mit dem ich darüber reden kann, nutzt das. Haltet das nicht aus. Gerade der Lehrberuf ist ein Beruf, da kommt man relativ schnell in den Burnout. Relativ viele Anforderungen von außen. Da braucht man Resilienz, muss gestärkt sein und so weiter. Geht das möglichst frühzeitig an. Je früher, umso besser. So, also, ihr merkt, wir wollen euch helfen. Auf alle Arten und Weisen. Und hier nochmal unsere Unterstützungsangebote für die Veranstaltung. Die Tutorien sind total wichtig. organisiert euch in Lerngruppen. Es gibt die Online-Sprechstunde, die ihr nutzen könnt, wenn ihr nicht in die Tutorien gehen wollt. Es gibt die Lernmaterialien auf Moodle, es gibt meine Plenumsveranstaltung, es gibt die Mathebrücke mit Übungsaufgaben, es gibt das Forum und die Discord-Channel, wenn ihr fragt. Ah, noch eine kleine Eigenwerbung. Ich habe das so ein bisschen ausprobiert in den letzten Semester mit Twitch und Discord und Streaming und so weiter. Und das ist relativ gut angekommen draußen bei den Menschen vor dem Bildschirm. Weswegen wir jetzt eine Online-Veranstaltungsreihe machen, True Math, das wahre Wesen der Mathematik. Viele Leute haben ja Mathematik als Regelwerk erfahren von Regeln, die man auswendig kennen muss, ohne verstanden zu haben, warum die gelten. Und das wollen wir ändern. Also so etwas wie, warum kann man eigentlich nicht durch Null teilen? Oder warum muss man mit dem Kehrwert eines Bruchs multiplizieren, wenn man durch den Bruch dividieren will? Warum gelten die binomischen Formeln nochmal? Und der Satz des Pythagoras? Und so weiter. All diese Begründungen, die besprechen wir hier auf Twitch-Streams sehr anschaulich und leicht zugänglich mit Menschen da draußen. Der erste Termin ist nächste Woche Mittwoch, 23. um 20 Uhr abends. Das heißt, gebt gerne diesen Link weiter an Freunde, Bekannte, Oma, Opa, die an Mathe interessiert sind und so weiter. Genau das sind die Zielgruppen. Die Omas und Opas, die will ich erreichen. Unter anderem. Aber auch Berufstätige, Mama, Papa, keine Ahnung. Wer Lust hat, kann gerne mit zuschauen. Okay. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne mich auf unterschiedlichsten Kanälen erreichen. Ich möchte noch zwei Dinge hervorheben. Also der Twitch-Channel und YouTube. Das sind natürlich die wichtigen, wo es Videos für euch gibt. Insbesondere auf YouTube viele Videos. In letzter Zeit stelle ich aber auch viele Studiertipps sozusagen auch auf Insta und TikTok ein. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch da folgen. Ja, ansonsten könnt ihr es gerne abscannen und ja, da ist auch nochmal der Discord-Link. Okay, bevor wir jetzt loslegen, erst nochmal, gibt es Fragen von eurer Seite zum Veranstaltungskonzept. Habt ihr Fragen? Ja. 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 Vielen Dank.